Ja, Dominik, da unten steht der Schwibbogen. Ein deutlicher Hinweis, dass Weihnachten näher kommt im Erzgebirge. Draußen spielt Petrus Sommer. Sie waren auf Europatournee. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, war sehr schön. Also war der erste Einberufung. Mich natürlich sehr gefreut. Hat mich auch sehr, sehr stolz gemacht für das eigene Land. Leider nicht auflaufen zu dürfen, aber dabei sein zu können. Ja, ich hoffe, dass ich die nächsten Male natürlich auch dabei bin, weil es ist, dass die Konkurrenz sehr, sehr groß ist auf der Position. Aber ja, dem Trainer dürfte es gefallen haben, wie ich das in der zentralen Verteidiger Position gemacht habe. Und ich denke nicht, dass das so viele spielen können mittlerweile. Ist es eher gefragt, dass ein Sechser oder defensiver Mitgliedspieler die Position spielt. Und da gibt es, finde ich, in der Liga generell nicht so viele, die das jetzt mit Dreieckkette spielen, so wie wir. Also wenn der Trainer das spielen wollen würde, dann würde das auf jeden Fall passen. Ich bin kein Intimus des österreichischen Fußballs, sehe aber, dass die Mannschaft Russland verpasst hat, dass möglicherweise ein Umbruch ansteht. Können Sie davon möglicherweise als der große Profiteur dastehen? Ja, ich denke schon. Also wir haben jetzt ein Jahr Zeit, bis nächsten September eine gute Mannschaft auf die Beine zu stellen. Jetzt kommt ein neuer Sportdirektor, kommt ein neuer Trainer. Ja, muss man sich die nächsten Wochen anschauen. Also wie gesagt, man muss jetzt mal die personellen Entscheidungen abwarten haben und dann kann man sich ein Bild davon machen. Ihr Tagesgeschäft ist Erzgebirge Aue. Zehn Spiele sind oben, 13 Punkte stehen auf der Haben-Seite, Platz 10 aktuell in der Tabelle. Ist das auch in etwa so, das Leistungsformat, was der Klub hat aus Ihrer Sicht? Ja, ich denke schon, dass wir auf jeden Fall ein sicheres Jahr spielen können. Aber wir müssen aufpassen. Also wir haben jetzt die letzten zwei Spiele gesehen, gegen Führte war kein gutes Spiel von uns. Gegen Union haben wir unglücklich verloren. Aber man sieht, wenn wir hinten leichte Fehler machen, dass das sofort bestraft wird. Und ja, gestern auch, dass das 2-1, hätten wir das 1-1 mitnehmen können, vielleicht sogar müssen am Ende. Ärgert uns natürlich sehr, dass wir das Tor bekommen haben. Aber so ist das halt. Also wie gesagt, wir müssen jetzt noch aufpassen, dass wir da schleunigst wieder rauskommen. Dass wir die nächsten Spiele wieder das zeigen, was wir gegen Union und das Spiel ja davor gezeigt haben. Und dann wird das schon klappen. Und ich denke schon, dass der 10. Platz das zeigt, was wir auf jeden Fall können. Und dass es jetzt nicht nur glücklich ist, dass wir dastehen. Und von dem her, ja, bin ich zufrieden, wie das jetzt zurzeit läuft. Jetzt hatten wir den Martin Menel im Interview, davor den Christian Tiffert. Sie spielen auf dem Feld quasi in einer Sandwich-Position zwischen dem Martin und dem Christian Tiffert. Wir haben heute mal den Blick ein kleines bisschen auf den Christian thematisiert. Wenn Sie zwei, drei Worte finden müssten, auf die Schnelle, um ihn zu charakterisieren, welche wären das aus Ihrer Sicht? Auf den Fußball bezogen oder aufs Private bezogen? Naja, ich kannte den Tiff schon davor. Also den Namen kannte ich natürlich aus Führerin-Bundesliga-Zeiten. Ja, ich finde da eine ungemeine Ruhe. Also ich würde sagen jetzt mal am Platz eine ungemeine Ruhe am Ball. Ist sehr, sehr wichtig für unser Spiel, weil er Löcher reißt, die jetzt vielleicht der neutrale Zuschauer nicht so sieht, wie wir das am Platz sehen. Geht in die Situationen oder in den Situationen auf die Seiten, wenn die Mitte frei gemacht werden muss. Und das ist für uns Innenverteidiger natürlich dann viel leichter, die Bälle durchzuspielen. Ja, einfach ein super Fußballer. Also da muss man sich einfach nur die Ballaktion anschauen, die er hat, die Mitnahmen, die Zuspieler, da kommt jeder Ball eigentlich perfekt. Also ist ganz einfach, den Tiff zu beschreiben. Er ist aber ein geiler Kicker und neben dem Platz, ja, genauso wie am Platz eigentlich, sehr, sehr ruhig und besonnen. Bringt auch dieses Ruhige in die Mannschaft rein, nicht dass das ausartet. Hält uns auch alle am Boden und ich finde, dass das sehr, sehr wichtig ist. Hält uns auch alle am Boden und ich finde, dass das sehr wichtig ist.